Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde des grundlosen Lachens, jetzt muss ich das mal überlegen, aus Biberach heute oder aus dem Hotel in Wurthausen bei Biberach und ich wollte mich noch kurz melden, heute ist Tag 9 meiner Challenge 40 Tage alleine lachen, also ein Viertel habe ich fast geschafft und es ist wirklich so, manchmal fragt man sich dann zwischendurch, warum machst du das eigentlich, was hast du davon, was soll das und ja, ich merke halt schon eine leichte Veränderung, dass ich halt mehr lache, dass ich auch in Situationen, wo ich mich eigentlich ärgern würde, schneller wieder lache oder dass ich einfach das Lachen mehr in mein Leben indikiere, dass es einen größeren Anteil hat und trotzdem ist es so, dass ich immer wieder merke, dass es Situationen gibt, in denen will ich nicht lachen, wenn mein Enkelkind weint, da ist man nicht zum Lachen oder wenn jemand anders traurig ist oder mir was erzählt, was ihn sehr berührt und mich auch dadurch berührt, da will ich nicht lachen, also es gibt wirklich Situationen, da lache ich dann auch nicht, also dann, aber dafür nehme ich mir in anderen Situationen dann wieder Zeit und entscheide mich bewusst, ja, jetzt will ich lachen und jetzt will ich wieder was für mich und mein Mindset und mein Körperton, dann lachen tut uns ja einfach gut und ist ja gesund und holt unsere Selbstheilungskräfte wieder hervor und schafft einfach auch andere Gedanken, habe ich das Gefühl, beziehungsweise ich muss es noch anders formulieren, ich denke nicht mehr so viel nach, sondern es manches, ja, manche Gedanken, manche Gedankenschleifen sind einfach weg, ja. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und heute ist wieder mal so ein Tag, ich lache auch, wenn es regnet, denn wenn ich nicht lache, regnet es auch. Also von der Seite her, also jedenfalls hier bei uns, lacht's gut, tut euch was Gutes mit eurem Lachen und auf Wiederlachen, bis morgen. Tschönen.